So, mal gucken, ob wir wieder auf Montagne treffen und damit alloderseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Will einer... Nehmt jemand EMP-Mann? EMP-Mann? Nein, ich will aber Blitz spielen. Oh, jemand muss eh... nicht IBANA und... Ja, dann mach doch EMP. Mensch, Mädchens. Drei Mädels. Wir können ja jetzt komplett Mädels spielen. Ja. Ne, ihr seid doch auch beide Mädels. Hey, ich bin ein EMP-Mann. Ich bin ein männlich aussehendes Mädels. Ja, bei dir weiß man nicht, ob das Mädels sind. Bei Fuse und bei Stor... Bei Stor sind man auch nicht. Stor sind... Stör... 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 Karpensender. Eye-Sender. Oben. Schneemobilgarage. Bisschen falsch, ist bestimmt unten. Corona hat eine Bombe lokalisiert. Ah, den Weg abschreuen, die Arme. Sie muss halt eine zumachen. Hallo, Herr Recruit. Eure Drohne hat alle Bombe lokalisiert. Oh, jetzt spielt der gerade los, oder? Oh, der Arsch. Ah, hier, den Vigil haben sie. Da ist er. Der hat sich... Boah. Der ist cool. Was machen die da? Der hat... Der hat Sprengkram. Sprengkram. Grabschrauber hat gejagt mit Sprengkram. Witteschrauber. Witteschrauber, Vorsicht. Ich brauche unbedingt... Für 100 Euro... Ein Recruit für oben. Ich brauche für 100 Euro einen 200-Euro-Schein. Schnell. Ich habe jetzt einen Schuss verballert und lade nach. Sehr gut. So, jetzt mal runterkommen hier. Wo ist Ibana? Jetzt kommt die Tante nicht hierher. Ich komme ja schon. Ich sehe gar nicht verstärkt. Äh, mit EMP Störsenderkram. Oben wird aufgemacht. Zivierflieg vielleicht... Nein, das ist... Das ist, äh, Ash. Die haben eh nix zum Stören. Wer hat denn eigentlich den Entschärfer? Ich? Ähm, der Rektal... Nein. Moment. Da bist du. Ah, ich muss hier weg. Ich habe wieder gepennt. Ich hocke jetzt hier natürlich hinter dem Ding. Ich habe die Kamera leider nicht erwischt. Oh, du Sack, Alter. Ja, ich habe ihn auch schon runtergeschossen. Nein, es war ein Headshot. Es wäre egal. Ey, hau ab, Ibana. Komma! Nimm nicht alles auf einmal ein. Wer ist der Diffuser? Mh, der Blitz. Ey, du. Nein. Da ist einer verletzt. Wieso ist da einer verletzt von uns? Weiß ich nicht. Ihr könnt es einfach mal planten. Ich entschärfe mal. Ja, dann... Achtung! G-Gra... Position gefährdet! Bitte mich schützen! Vielen Dank und Tschüss! Aua! Das nächste Mal gehe ich hinter die Mülltonne. Ich glaube, ich habe fast tot. Waffe leer! Fäng dich schießt nur auf dich, Wookie! Waffe leer! Waffe leer! So wie die Runde begonnen hat, totales Chaos. So lief es dann beim Entschärfen von der Garage ab. So. Ich möchte ein Spiel noch hier. Ich muss damit Gewehr töten. Hier gibt es keine Gewehre. Und ich müsste Bug spielen. Okay. Mira, M-A-N. Ist aber kein Gewehr. Ja, kein Gewehr. Na, hast du nicht gesagt, ein deutscher? Hast du mein Terrorismus? Und dir hat gesagt, der eine von den Leuten... Ich glaube, das ist das nicht alles, äh... SMG-Verschnitte bei den Terroristen. Die werden mir jetzt sagen, wo man ein Fenster haben will. Oder dass der verstärken soll. Warum spielt denn der nicht selber Mira, der Mira spielen will? Weiß es nicht. Standort der Bombe in Gefahr. Entsprechend planen. Klebe die Mini. Klebe die Mini. Besser. Warten Sie? Soll ich erstmal... Ne, hier würde ich nicht... Ah, Fenster ist eigentlich blöd. Fenster sind blöd, weil da hast du Küchenfenster und ja... Mach jetzt da was hin und mach nichts. Hätte da vorher zu machen sollen. Ja, sag einfach, ich hab nichts mehr. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Mach mal oben. Die ist schon zu. Die ist schon zu. Schon zu. Oh, nee, nichts mehr. Das Gerät ist da. Na hinten bei der Küche dann. Äh, beim Esszimmer. Mal schon mal. Gut. Hier ist Strom. Ich muss ja grapfen. Tschüss. Bei mir kommt wer an. Bibliothek. Mein Handy. Mann. Teilen sich ab. Bei uns. Bei der A-Bombe. Hab was verletzt. Ich grapsche. Achtung. Jetzt. Ah, hat mich noch. Ach, das blöde Symbol dann auf der Kamera ist. Das nervt. Ach, Quatsch. Aber gut. Der Backe ist noch über uns. Naja, Backe ist oben auf der Terrasse. Ach, komm. In der Bar ist jemand. Das gibt's doch immer nicht, ey. Jedes Mal, ey. Hammermann rot markiert. Oh, geh doch aus der Kack-Kamera raus, du Idiot, Anna. Spielzimmer ist jemand rausgepft. Hammermann. Ach, komm. Oh, geh doch aus der Kack-Kamera raus, du Idiot, Anna. weil du kannst wenn die gehackt ist dann kannst du dich nicht mal bewegen wenn ein anderer drin ist in der bibliothek hüpft gleich hammermann rein ist jetzt egal ist tot kommt er eh nicht runter jetzt ja genau was denn keine ahnung warum wer ist denn jetzt hocke übersetzt mal das gelbe da was da geschrieben steht wieso geht der denn da jetzt weiter weg überraschungseffekt ja klar poliziot er ist immer nach oben alles offen wieso dürfen die gegner die kameras bewegen nur weil die gehackt ist aber es war nicht weiß als sie benutzt worden ist der ist nach oben ja aber die gegner können der ist oben da kommt jetzt die treppe die da hm geht jetzt hinten die hinten große raum ja kommt jetzt wieder die andere treppe ja rot markiert die kameras gerade gehackt der geht jetzt zur luke an der küche geht wieder zur terraschen luke terraschen terrasche und bloß beschäftigen na ja ja jetzt nicht aus dem fenster hüpfen oder so und sterben weil da eine klärmung steht ich finde es scheiße dass die gegner die kameras vor dir bewegen dürfen ja der entschärfer wurde zerstört missionserfolg für eigenen trupp ist ok du triffst gar nicht so gucken dürfen aber bewegen ist ja auch ich glaube wer zuerst drin ist oder oder können die dich rausschmeißen ne ne ich war vorhin die ganze zeit an der treppenkamera denn immer wenn gehackt dasteht dann benutzt die einen gegner und schmeißt dich raus was ist die ganze zeit dieses komische Ding was für ein komisches Ding na ihr äh das ist die Katze das ist der Symbol da super naja das ist die naja gut komisch aber sehen dass die gegner nicht dieses Symbol äh dass das irgendwie stört dann dürft ihr bloß die IP der Gegner dieses Symbol sehen irgendwie so muss es zusammenhängen nicht oben was ist da hinten das ist so wie wir ja ich würde sagen wie wir aber hier sind doch von hier sind doch welche gekommen 10 Sekunden bis zum Einsatz eure Drohne hat eine Bombe gefunden 5 Sekunden ah Witschel hat sich grad unsichtbar gemacht nein ich hab Angst rück zur Bombe vor und entschärft sie und wo ist er hin? mh Richtung Bar durch Esszimmer ja ja Frost ist hier an der Treppe gewesen gerade bläh was zum wer war denn denn oh brutal ich hab Angst Echler denn der Abbruch in der Ächung Echler du bist tot ja ich konnte nichts hören weil da so ein dämlicher Typ mit ein Schild rum rappelte Was? Wer denn? Echt mal den? Keine Muni mehr. Nichts wieder. Gucken wir, ob der Black Mare gleich rausgeht. Wartet der einen blauen Hut auf? Hm. Ich weiß nicht. Warum nicht? Ich hab mir nicht gemerkt. Wie einer rumhängt. Weiß ich ja nicht alle. Ich bin hier. Hat die Kamera schon immer ein Pfadgeräusch, wenn sie stehen? Hm. Ja, aber nur wenn es verbuggt war. Keine Ahnung. Haben sie jetzt das Future eingebaut? Die Kamera, die jetzt noch von dem Gegrügel ist, hat sie an, als wenn die die ganze Zeit fährt. Na, das hab ich bis ans immer nur als Pag gehabt. Warum steht da in der Kamera? Hast du gerade in die Kamera gekommen? Jo. Ich? Hm. Ich. Ich mach mal einen auf. Da ist nicht rum. Mach der auf. Ich mach rum die Lucke auf. Ach so. Wenn es zu ist. Geh aus der Kamera raus, du sag. Links ist einer auf jeden Fall von deiner Kamera. Ah, über der Küche ist auf jeden Fall einer. Direkt vorm Fenster. Ja. Ich hab keine andere Kamera raus. Hast du Bein da? Ich hab zwei Kameras im Einsatz. Der rafft es nicht, dass der im Gas steht, ne? Der Fätscher. Bitte stirb. Ja, jetzt schießt der mich auch noch an, Alter. Oh Gott. Nee, das war der andere Typ. Raus, hab's ja Papier. Was ist denn da oben? Gibt's nicht. Was machst du denn? Ey, warum ist der nicht geblendet und warum trifft der mich eher und überhaupt? Ich werde auch immer geblendet. Alter. Hallo. 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 Einer vom eigenen Druck verbleibt. Wo rennt er denn hin mit dem Rücken? Ach Mann. Mit dem Rücken zum Fenster rennt er weg. Das ist ein Trottel, Alter. Junge. Na ja, 101, weißt du? Der andere 153, Alter. Alter, der eine stand die ganze Zeit in der Smoke. In der Gasgranate. Hatte noch 20 HP und dann, oh. Tot. Ich krieg ja Schaden. Gott ey. Aber der Schild-Type, ey. Der war der Besten. Hm, acht Kontaktgranaten. Ich glaub, das reicht. Meinst du? Nimm da noch welche. Die werden nochmal benutzt. Zwei? Alle. Mach die Luken zu. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Verteidigt sie. Standort der Bombe in Gefahr. Entsprechend planen. Die sind jetzt voll groß. Jetzt hat er seine eigene Mine zerschossen, Alter, oder was? Was ist das denn für ein Trottel? Ja. Ja. Genau. Schieß einfach mal. Warum bist du tot? Ey, das ist doch zum Kotzen, Alter. Ja, genau. Ey, das gibt's doch nicht. Äh, hier bei B-Bombe. Treppe. War klar, dass er jetzt kommt. Ist da noch hier wer? Weißt du das, Hockey? Ich grap'sch mal. Der Entschärfer liegt bei mir. Ich grap'sch. Achtung, jetzt. Nein. Das Messer war doch schon drin. Bug. Der Entschärfer ist oben beim Kamin. Ein Kämpfer des eigenen Truffs verbleibt. Viel Spaß. Ist da noch zu hoch? Auf jeden Fall der Entschärfer. Rot markiert noch einer an der Tür. Ja, das... Das war ja das. Was? Wo bist du vorhin hin? Komm wieder ins Loch. Achtung. Ja, ist doch... Was? Ich dachte, du hast es damit umgebracht. Mann, schade. Ey, der eine war bloß verletzt. Ja, das gibt mir so einen verkackten Vorbeilauf. Hätt schon. So kurz vorm Grabschen, dann kommt dieser Bug an. Also, was meinerseits selten dämlich war, war in der ersten Angriffsrunde, als ich da zur Garage wieder rausrennen wollte. Einfach in die Tonnen setzen. Aber gleich dazu die Aktion da vor dem Fenster, wie es weggerannt ist mit den vielen Matten. Das Mitspiel löschen. Na egal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschau, tschüss.